Seit vier Jahren setzt die Braunauer HeuteEssen.com KG Akzente für die Gastronomie und deren Kundschaft. Via www.heuteessen.com lassen sich per Eingabe der gewünschten Region Gasthäuser mit Öffnungszeiten, tagesaktuellen Speisekarten und Veranstaltungen abrufen. Jetzt geht Erich Marschall einen Schritt weiter. Der HeuteEssen Gutschein ist eine nette Geschenksidee für verschiedene Anlässe. Es gibt Weihnachtsgutschein, Geburtstagsgutschein und einzigartig ist er ganz im Sinne von AINOS. Er ist grenzüberschreitend einlösbar in Bayern, Oberösterreich und Salzburg, derzeit in mehr als 60 Gasthäuser. Und er ist sicher ein wesentlicher Baustein in der Marke HeuteEssen mit dem Ziel, wir wollen Gast und Wirts begeistern. In der Schloss der Wiener Hanshofen herrscht schon lange ein grenzüberschreitender Geist. Unsere Gäste kommen sowohl aus dem Innenviertel als auch aus Bayern. Dieser gastronomische Grenzverkehr wird weiter unterstützt und forciert durch die Gutscheine von heuteessen.com. Nachdem wir am Grenzgebiet liegen, freut mich das ganz besonders, dass wir mehr als die Hälfte unserer Gäste aus Oberösterreich und Salzburg haben. Unser Küchenstil ist eher traditionell bayerische Küche, modern interpretiert. Mit dem HeuteEssen Gutschein möchte ich meinen Kundenkreis erweitern. Mit dem HeuteEssen Gutschein bleibt die Kaufkraft in der regionalen Gastronomie und zwar auf beiden Seiten des Inns.